Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft zusammen mit dem lieben David, dem lieben Tim und dem Lennart. Es geht nur zum Intro. Da sind wir wieder. Hatst du ein Gläcker bemerkt? Du bist auf Schweinkraft. Was auf Schweinkraft? Ja, auf Schweinkraft. Das ist gerade wieder mal. Das hat gesagt. Hä? Nein. Herzlich willkommen zurück. Was hat gesagt? So, letztlich Play Minecraft. Ach so. Ach, ja, komm. Wenn ihr Schokolade ist und dann wieder Schokolade ist und ich auch Schokolade habt. Nein. Das ist total Schokolade. Oder ist das der Schokoladeffekt? Der war nicht so gut. Aber was wieder geschmunzelt. Also war der eigentlich nicht. Ich hab doch nicht mal geschmunzelt. Nee, nee. Ich hab doch nicht mal geschmunzelt. Ich hab's gelaufen. Ich hab's nicht so was da. Nein, Gott. Ach, da heute werde ich glaube ich niemals verstehen. Weil du immer so auf Skypelex. Oh Mann, der schlecht. Wer wird sich niemals verstehen? Wer wird sich niemals verstehen? Wer wird sich niemals verstehen. Wer wird sich niemals verstehen? Sieh. Guck doch, ich hab grad Scheiß Internet. Aber ok. Doch. Aber ok. Aber ok. Was wird sein? Ja, ok. Ach Leute, 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 Leute. Ich baue Ihnen keinen Weg. Ekeleute und heute nicht von früher Prozesse ich weiß es hat mir auch es sollte einer sein A es sollte in einer seiner Lieben erhofft doch er war er auch zu hören nicht standen jedoch ein paar müssen sich hören will 3 3 7 Ich hör auf, ich hör auf. Ich hör auf, ich hör auf. Ich hör auf. Ich hab nur noch zwei Herzen. Bleib unten, er trinke. Er trinke. Er trinke. Scheiße. Mann, David. Jetzt weint Tim. Boah, du hast Tim schon wieder zum Weinen gebracht, David. Hey, ich tötete... Also wenn ich... Wenn du tötest, dann... Kleine Schweine. Was? Du meinst Schweine-Killt? Scheiße, das hab ich's gesagt. Nichts. Einfach hab ich nicht. Ach, das war David. Ja, David was. Wie soll ich das? Schuld auf andere Schieben, ne? Ja, klar. Ich bin das immer, ne? Ja, du hast mich mal ne Schweine gekillt. Nein, hab ich nicht, aber okay. Und bestimmt der, der die Diamanten geklautert hat. Ja, klar. Oder versehentlich sie in die falsche Kiste getragen. Hey, das war ein anderes Haus, wie sie solches machen. Weiß ich schon nicht. Weiß ich schon nicht. Weiß ich auch nicht. Weil du machst dauernd sinnlose Sachen. Sagt Lennart. Ja, das soll schon was heißen. Weiß ja nicht, dass... die Sachen, die Lennart tut, nicht so... die Dinge sind. Ne, bis zum Schad. Hm. Oh, ich hasse unter Wasser Sachen einsammeln, ne. Musst du es so oft machen? Ja, Chef. Ja, zweimal schon, wenn du diese aufnahmen. Das hast du eigentlich vorhin deine Sachen wiedergefunden, ja, oder? Vorhin ist doch nochmal korrekt. Beim Creeper da. Im Wasser. Hast du den... Vorhin? Ja, vorhin. Hä, ist doch vorhin. Naja. Hä? Lange her als vorhin. Hä? Was ist denn... Das ist denn grad nur vielleicht eine Stunde? anderthalb. Was habt ihr? anderthalb Stunden ist doch immer noch vorhin. Das ist doch immer noch vorhin. Das ist auch kein Gefühl für Zeit. Denkt ihr, dass drei Minuten vorhin sind, oder was? Sei es dann jetzt, oder gerade, oder eben. Das ist maximal, äh, halbe Stunde. Nein. Klar. Doch, doch, echt. Nein. Meine Treppen, meine Treppen, meine Treppen. Ja, warum habe ich kein Zeitgefühl? Ich weiß, dass es so lange her ist, aber... trotzdem heißt es nicht... Weil du vorhin zu sagst. Was vorhin? Ja, nicht, aber vorhin ist bei mir immer, äh... Ungefähr zwei Stunden her, oder so. Alter. Hä? Und vorhin? Hä? Da... 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 Er wurde... Er lebt in einer anderen Welt. Ja, aber gerade, ist... Also, man sagt, gerade... Gerade ist es denn, gerade bei dir eine Stunde? Nein, gerade ist jetzt. Nein, gerade ist es ungefähr fünf Minuten vielleicht. Ja, das ist es. Ja, genau. Ja, bei Julian... Ja, bei Julian, aber ich will nur eine Stunde. Nein, ungefähr fünf Minuten bei mir. Aber, äh, vorhin... was ist denn bei euch letztens letztens ist was vor euch bei einer stunde oder was nein letztens ist bei mir gestern ich habe ja vor ungefähr so einen tag oder vor einer woche oder sowas so was letztens sage ich dann wieder gestern also wenn ich geht also wenn etwas Prozent von vor dem Tag war war es gestern ja ja klar aber dann vorhin ist so keine Ahnung so dass er so viel vorhin wenn man sagt jetzt ist es so zwei drei Tage er hat aber geboten mit er darf es also ich finde das eigentlich sieht cool aus aber irgendwie so monströs ja und ich bin immer nur monströse Sachen die so viel Platz zum Lagern ja bestimmt auch wieder weil wir da auch voll viel labern ja ihr labert eh so viel komm irgendwie muss man doch äh holz verschwenden opfer fällt gerade ein dass ich einfach hier wieder ins Wasser gehen könnte aber nein Julian natürlich fällt dir das nicht ein so gerade ins Wasser gemacht hast du gerade gesagt ich könnte einfach wieder ins Wasser gehen mir fällt gerade ein dass ich ins Wasser gemacht habe dass ich ins Wasser gehen ich habe A-A gemacht ach so habe ich verstanden dass ich ins Wasser gemacht habe der ist nicht so alleine weg Alter was hast du gehört ja nee nee wenn ich mehr Zuckerrohr hätte boah vielleicht hätte ich mehr Zuckerrohr würde ich die Strecke vielleicht in dieser Folge noch schaffen aber ich habe kein Zuckerrohr mehr Zuckerrohr? hast du eine Strecke für unter Wasser wo man gehen kann oder was? ja klar ja klar aber dann komm ich mal gucken und ein bisschen Zuckerrohr aber ernten äh nein ich glaube ich sehe das Zuckerrohr von woher geht das? ja also ich bin noch nicht fertig ich bin bisher hier angekommen äh ich sehe da hinten Zuckerrohr ich auch guck mal hier wo ich bin seht ihr mich nicht? ja ich bin ja auf dem Weg ich schwimme gerade meine Leertaste backt voll ich bin den Weg auch noch nie ganz gelaufen bisher übrigens fehlt also an einer Stelle muss noch Kies hin auf dem Land hier äh also hier geht es noch bis irgendwo zum Schiff also hier geht es los also hier unten so und dann geht man hier ich gehe auch mal ne man kann ja gar nicht richtig springen hier drinnen nee springen geht nicht weil es halt zwar hoch so soll man denn die Berge hochkommen? warte hier ist hier ist jetzt nur ein Weg hier ist ein Weg bla 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 hier geht es weit hier ist ein Weg und da vorne ist ja weil da hier ist zu flach da wird man es sogar auch von oben sehen warte hier auch warte Tim du leist einfach da anstellt hier lang äh äh soll ah man teilen was? geht das nun bis zu Atlantis wo es stehen soll? äh es geht zumindest äh bis zur Küste viel mehr Zuckerrohr hatte ich noch nicht alter ich hab noch ein 39 Zuckerrohr eben gehabt oh no jetzt nicht mehr? ne ich hab das ja verloren als ich in die Schlucht gefallen bin so hast du jetzt wirklich wieder wovon? doch einiges aber einiges schon nicht da muss ich meinen Bogen auch weg mal schnell was essen aber wenn man äh man kann richtig schnell an die Oberfläche hier manche stellen wenn du sprichst ja bin schon auf wiii man sieht leider halt nur Zuckerrohr aber äh achso das ist der Weg boah ich renn die ganze Zeit immer weg vorbei ja ich schwimm den meisten Teil glaub ich auch ich auch alter man sieht von unten hier richtig gut wenn man im Zuckerrohr steht von dem weiß ich nie wie wenn es äh um die Ecke geht das ist ja der scheiß ja vielleicht werd ich hier äh auch halt Mauern noch drum machen aber man sieht man es halt von oben zu sehr also die Kinder ein so kleine wie es mir war er bleibt da aber klar es stimmt also blau ist oder türkisen ist klar das sieht man nicht so schnell alter diese Schweine alter die sieht so aus wie ein Krieger nein das so aus wie so ein so ein Prozent wer hier heißen lässt du und die sind die 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 1 das war das schweig für das schweig ist doch gut ich spüße ich dass der Krupp der gleich hoch geht die heißen Teile die weinen um in der Nähe um erinnerst das war es erst genug die heute die baby er und das nein ist da aus wie so ein gas im wasser der leider Prozent gibt es ein paar Grieber nur ja egal zwar hat die Schocken die mich hier auch über Bambusflanzungen hier das erfolgt unauffällig heute heute sind gerade hochgegangen aber ich auf jeden Fall hier blablabla ja hier kommt dann an Lande als er nicht hier sein ab hier die Zeit runter also ja ich habe die drei Zuckero weil da hinten geht es dann lang und da hinten ist halt Jochen Kuh jetzt müssen wir zurück reden ich habe in der ich bin wegen Enderperlen gestorben ja ich habe die über die die Morgung und genau in die Schlucht fallen Kuh warum bestätigt was so nein Scheiße ich versuchte ich habe versucht das Geld abzuschießen die ganze Schaden den ich gekriegt habe nur durch die ich werde ich weiß ich versuche das Geld abzuschießen bis zweimal da rennt plötzlich ein Gewinner vor mich und der ist auf dich fixiert du kannst guck mal ob ich schaffe ich glaube ich werde nur zwei Tore ich werde ich deswegen bauen weil ich alle Achievements haben will LOL HOOOOOO ich will nicht alle Achievements haben ey richtig komisch gerade warum was denn ich habe mich schon also ich habe die Enderperle ist schon gekommen da kamen auch diese schwarzen Teile ne und dann werde ich von dem äh Dings getötet also fast getötet und was weiter warum ist es hier so hell ach so weil wir beim Böbel die Dschungel so hell aus das ist gerade stark es wäre glaube ich besser wenn die Bammus Strecke nicht so gut geht und auch hoch Loll noch nie Alter das ist mega weit weg das ist bei den Enderperlen gestorben ja hehehehehe ich habe ja gesagt Enderperlen muss man rabeln und schreien aber ich bin heute eigentlich auf den Baum ne und dann ist der gegen den Baum und dann bin ich nochmal gefallen ich würde gerne wissen wie das Gebäude und von unter Wasser aussieht welches ich bin dann noch da weiß ich gar nicht stimmt der ist in der Konfi ja der ist in der Konfi er ist bestimmt stumm er arbeitet aber nicht mehr er ist auch nicht auf dem Server ist er auf dem Server? nein er tut es jetzt auf es ist auch die ganze Folge schon gar nicht da gewesen er hat sich bestimmt gesagt tschüss Leute und so und die hören mir nicht zu wie die ganze Zeit so so äh da kommt Atlantis hin und da ich dachte er soll da gar nichts von wissen von Atlantis doch Atlantis doch Atlantis doch nein ne von dem Koppel oder dass du nichts von der Ender Farm wissen ne aber der Lennart Lennart ja ne aber der soll auf jeden Fall nichts von äh unserer automatischen Braustation im Nether wissen wo automatische Strecke Tränke hergestellt werden echt? ja wo? im Nether oh Karotten wieso schreibst du da? wieso schreibst du da? wenn der von unserer automatischen Trankstation so schreibst du die Koordinaten du Wichser ja der ist nicht auf den Server äh wenn er aber davon Affären erfahren würde dann würde er halt wahrscheinlich die ganze Zeit da hingehen und sich Tränke nehmen und die ganze Zeit töten aber ich finde es wohl cool dass es automatisch äh klappt also ohne dass wir irgendwas machen müssen weine Base-Farm halt daneben stehen ne? ja weine Base-Farm halt aber leider kriegt man natürlich kein Level aber dafür ist es auch viel ungefährlicher Hauptsache was er halt gar nicht gecheckt hat ist als wir damals die Ender-Farm äh also die Ender-Farm gebaut haben äh waren wir halt fast immer im Nether und haben da die Blaze-Farm gebaut die Ender-Farm hat so wie gar nichts getauert aber leider hat es halt nicht gecheckt hat weil wir nicht äh nur mit dem aufgenommen haben wir haben halt die ganze Zeit den Nether-Farm gebaut ja und ich bin auch hauptsächlich im Nether gestorben ja ich auch weil man da ja kein Wasser setzen ja du weil man da ja kein Wasser setzen kann das war voll kompliziert aber kann man da kein Wasser setzen im Nether verdammt verdammt was war jetzt die letzten 15 Minuten dieses Parts also ich mach bei den Schüßball ja genau diese Aufnahme ich werde jetzt Sachen insortieren und dann werde ich Scheiße bauen Leute wahrscheinlich das hier zu Ende kommt hm hm sag mal hat jemand hier die Karotten hingesetzt wufff hast du das David so Karotten in den Weg geht haben nein 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 David doch nicht mehr Scherz ich kann dir mal aufhören damit ja warum das war ein Scherz das ist nicht lustig ja auch nein nein irgendwie ist schon und wie bist du morgen tot schon nur ein bisschen und Julian übermorgen da ist das schon so oft gesagt ja okay dann mach ich's mal dann mach ich's übermorgen ja gut mach 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 ich steck dir die Fresse ich wollte mich umbringen dann sollst du dich aber nicht aufregen oder heulen du weißt es du hast eben noch gesagt dass du mich umbringen willst gut bring dich vor allen anderen um mach mach okay ich mach das meine Eltern kommen ja ins Gefängnis ne okay ich krieg Strafe äh das ist schon 14 ja Julian noch nicht Julian ist nur 3 Julian ist nur 3 Julian ist nur 3 ja ich weiß ich von 3 sorry Alter wir sind voll die Pädophilen Tim wir haben 3 jährigen bei uns ja Leute ich weiß dass ihr beide viel seid Alter ich hab in dieser Aufnahme ja ich hab 4 Level Aufnahme äh Aufnahme ne hab ich wie viele Level habt ihr? Satze äh 19 du bist 19 Jahre alt ich bin 4 Jahre alt ich hab null Tim ist gerade erst geboren worden frisch aus ich hab äh vielen also ich hab Anfang der Aufnahme 64 äh also ein Stack äh Kartoffeln gegessen äh geholt ne sonst hab ich nur noch 7 oh lai ich grüß dich was der Typ ich hab kein Kobblestone mehr ich hab noch einen Stack oder 61 ja 61 gib mir ja warum kann ich eigentlich nicht mit Fäden reparieren das find ich voll komisch geht nur mit Bögen ja warum äh liegt hier ne tja bist du dumm Tim komm hier hoch nein doch warum weil ich dir sage du bist du bist nur Jahre alt ich bin 4 Jahre alt ich hab ich bin hier der Boss hehehe so im Kindergarten so ey ich bin hier der Boss ich bin 4 Jahre alt vorhin bin ich eigentlich älter als du ja und du bist kleiner als ich doch kein nicht schwer du machst keinen Kampfsport nicht mehr wow nein du bist voll scheiße weil der geht immer so an weil der Boxen macht ja ist so super ne aber ganz oben Sehen genau da ist ich sag nicht jede Kampfsportart ist besser als Boxen ich weiß Das liegt jetzt hier unten, ne? Da kommst du wieder auf den Server drauf? Liegt jetzt hier unten Was? Ja, ich hab's kapiert Ich hab die ganze Zeit irgendwie, dass der dann nicht mit Minecraft connecten kann Da hast du manchmal schon neue Start-Up hier wahrscheinlich, ne? Warte, warte, weil ich... Versuch mal, den Skin zu wechseln Ich nehme voll Fehler mit zu tun Ähm... Ähm... Warum, wie ist das denn gekommen? Hast du dich vorhin extra rausgelockt oder bist du rausgeflogen? Rausgeflogen Achso, das hast du nie gesagt Ich hab Schluss gesagt, die haben die ganze Zeit geredet Die habt mir nichts gehört Ach... Genau, das haben wir gerade gesagt, ja Okay, dann schuldigst du uns gleich Aber warum, aber warum? Was war denn für ein Fehler? Ja, Sanom, du kennst den doch Ja, welchen denn? Es gibt mehrere Julian, da haben wir ja keine Cobblestone Hab die, er hat die Strings? Nee Du, David Wir haben keinen einzigen Stack Cobblestone mehr, ernsthaft Doch Nein, hier im Lager nicht Klar Nein Doch, haben wir Dann geh gucken Ich komm gucken Was mach ich denn jetzt? Ich hätt' einfach noch mal Zuckerrohr Ob ihr wohl, oder habt ihr ihn wieder woanders schon getan? Was, Alter? Ja, ich sag' wir haben keinen einzigen Cobblestone Da ist nichts mehr drin Nein, kein Cobblestone mehr Nein, da warst du jetzt Was, was, äh, warst du Cobblestone? Ich hab' ganz viel gebrannt Das kann daran liegen Aber aus welcher Kiste hast du genommen? Alles vom Länden Welch Kiste hast du genommen? Na? Ich hatte, äh, wir haben auch selbst ein bisschen gefahren Das hat ja unten abgetragen Hat doch irgendwas aus einer Kiste genommen? Ja, aus einer aber nicht Aus einer Kiste genommen Ja, aus einer Kiste denn Ja, ich sag' doch, wir haben kein Cobblestone Tolla, super Die nächsten Cobblestone farmst du Wir haben irgendwie 50 oder 60 Stacks gefarmt Wir haben auf jeden Fall Ich hab' das doch nicht alles gebraten, Junge Ja, aber alles, was noch übrig war Und das waren mindestens 10 Stacks Ja, ja, mach' ich Gut, danke Super David, du kannst die 61 haben Ich brauch' im Moment keinen Was macht ihr denn gerade? Oh, jetzt hängt an zu gehen Oh Gerade Gerade Hart an Zum Glück hab' ich hier irgendwie angemacht Dann seh' ich endlich, wie schön es in mein Kopf regnet Jaaaa Komm' mal hierhin Du erholt Du erholt Du erholt Du erholt Nee, ich fang' grad zu kopf auf Achso Noch 7 Minuten Dann ist morgen Dann ist morgen Zählt es, wenn meine Uhr, äh Die ist ja nicht immer richtig, wenn ich denn als erstes, äh, das Wort sage, also, diesen Satz sage, Julian Äh, weiß nicht, ich muss leider entscheiden Weil, dann kann ich das Weil, bei mir ist es gerade 54 Bei mir auch grad 54 Bei mir auch grad 54 Es ist auch grad 54, aber okay Also, auf meiner Uhr Also, bei mir und auf dem Laptop Auf meiner Uhr ist es gerade Also, auf die von meinen Händen Es ist grad nur eins Was, wie viel? Nur eins Ja, haben wir doch Doch Ich Es sind ja nur sieben Minuten Ich hab' mich da runtergeschlagen Was los? Was geraten denn? Hier ist doch Entschuldigung mal Ich hab' drüber gefragt Hä? Hast du das, Julian? Was? Irgendjemand hat mich runtergeschlagen, was du das? Skelett? Nein, weil hier ist kein Weit und brennt kein Skelett Verbrannt Verbrannt Nein, es ist total Mein Tag ist ganz auch regnen Wenn es regnet, dann ist das Skelett Ja, hier ist es kein Skelett Ja? Ja Weil ich grad runter Ich hab' hier übergeguckt hab' Ich weiß, wie ich nächste Aufnahme mache Was denn? Also, noch das dritte Boot Wenn dann... Brot Das dritte Boot Das dritte Boot Das dritte Boot Ja, Brot für die Weltleute Und dann den Leuchtum auf der anderen Seite Das dritte Boot Aber ich... Ich würd' sagen, dass wir den Berg hier stutzen Ja, ja Weil... Hier ist ja... Und jemand... Julian, du bist unsichtbar Hä? Ich will dich abbauen Jemand baut die Leitern ab Alter Ich bin nicht unsichtbar Julian, du bist unsichtbar Scheiße Ich bin gar nicht auf dem Server Ich weiß Ich hab' mir so gedacht Nein Ich dachte mir eigentlich... Eigentlich wollte ich die Leiter überhaupt nicht abbauen Ich hab' dich abbauen gesehen Ich hab' dich abbauen gesehen Ich hab' dich abbauen gesehen Ja, ich wollte eigentlich die Leiter überhaupt nicht abbauen Fick dich Nein! Hab' ich dich erwischt? Ja, zweimal sogar Ich bin fast tot Ich hab' ein Drang geworfen Äh... Aber ähm... Ich dachte... Hast du Regen... Anni, du hast Regen ausgestellt, ne? Regen ausgestellt Ah, fuck, weil Regen siehst mich so gut wie gar nicht Ja, ich dachte... Ja... Hab' ich mir kurz gesehen Ja, ne, ich dachte... Wenn er... Weil da hast du auch Regen aus oder hast du Regen an? Ich hab' Regen an Ich hab' die Fein drin Ich hab' die Fein drin Ich hab' die Fein drin Nee, ich dachte... Ich bin voll dumm Wollte eigentlich nur einen Leiter abbauen und dann ganz schönsich mehr Ich bin... 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 aber ich sie... Ich mach das halt nur äh... Weil jetzt verbreitert sonst hab' ich immer die Fonten von jedem Projekt Ja, der hat wirklich Ske braucht Leute... ich hab' den Gold in den Schutz 3, 2,1 gekriegt gerade Wow Ja, wow Der hat mich gerade eben gefladen Ich bin... ich bin... Äh... nicht mehr da aber egal was sie immer ein Mensch und ist ein Köln ich habe es gibt es untergefallen ich wollte jetzt noch so ist aus ihr könnt ihn auch stoppen für das jetzt kann doch immer ein oder ich habe immer auch Donuts das gleiche Städte die jüngere Städte da kann ich nichts für das war ein Skelett wenn die Türen sich dagegen sie wird sich nicht aus Ich glaube, der Zombie verliert. Halte, wie ich gerade an euch vorbeigesprungen bin. Ich bin ja nicht bei uns. Da sind zwei Witches. Weißt du, was ich verstanden habe? Zwei Bitches. Hallo Julian. Nein, ich wusste jetzt, dass du mich siehst. Auf mich zu schlagen. Hä, ich habe mich nicht geschlagen. Wirklich jetzt nicht. War das Skelett. Oh, hey. Scheiße, ich bin genau das. Aua. Oh. Ich hasse Skelette. Kann man niemanden, die mal ausstellt? Nein, der geht auf mich. Nein, lass mich auf. Nein, scheiße. Ich weiß, wo du bist. Du bist im Wasser. Du bist im Wasser. Nein, jetzt habe ich einen Pfeil. Jetzt habe ich einen Pfeil drin. Nein. Hä, wo bist du? Sag ich nicht. Nein, ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Aua. Ich weiß. Ich werde sterben. Ich habe 19 Level. Oh, glaubst du. Alter, geht ihr alle auf mich oder was? Da ist er, da ist er, oder? Nein. Hallo David. Nein, lass mich hier rum. Bitte, bitte, bitte. Ich habe 19 Level. Lass mich bitte in Ruhe. Ah, ne, fuck. Warte. Nein, fuck. Nein, nein. Jetzt habe ich vorhin die Regeln auch noch selbst aufgestellt. Scheiße. Nein, bitte David, bitte. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Nein, er wird mich töten. Er hat... Ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich habe ja nicht mal richtig was gemacht. Ich wollte ja. Warum sagst du nichts? David? Äh, ländert es nicht mehr in der Konfi. Und der wird sagt auch nichts mehr. LOL. Was ist? Nix. David, kannst du mal da weggehen? Ja, das geschafft. David. Ich habe zweimal die Regel. Zweimal die Regel durchgeführt. Zwei... achso. Was für eine Regel? Ja, aber eigentlich hatte ich jetzt gerade vor, die Milch zu trinken, denn es ist mir aber eingefallen, das bringt überhaupt nichts, weil der jetzt dann trotzdem töten darf. Und eigentlich wollte ich gerade eben an Land gehen, aber hast du die Sachen da liegen lassen? Ja, die liegen dann noch nicht aufgeschlossen. Ja, die liegen dann noch nicht aufgeschlossen. Und ein Zuckerrohr. Wow, ein leerer Heimer, wie ein Milcheimer und eine leere Flasche. Und drei Gerotten vom Milch ist. Mein Schub ist nicht. Jetzt soll ich mich weiter. Oh, oh, oh. Tim hat damit verloren. Womit ich mal sagen. Happy birthday. Happy birthday. Leider hat es dann hier schon... Oh, 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 oh. Ja, leider hat es schon... Ich habe nicht so lange geschrieben. Happy birthday. Ein Happy birthday Tod. Ich musste nicht verschenken, sie hat dir gut geschenkt. Ich muss dir nicht verschenken, sie hat dir gut geschenkt. Sie hat dir gut geschenkt. Ich habe dir gut geschenkt. Lea hat gewonnen. Jetzt wünscht mir was von euch. Ich habe euch zu Weihnachten noch allem was geschenkt. Ich habe euch zu Weihnachten noch allem was geschenkt. Was hast du dem denn geschenkt? Ich habe den verzaubertischen Schwert und das Verzaubertischen Spitzack und sowas geschenkt. Und tränke sogar. Geil. Krieg ich das Nachnamen. Und ich habe euch jetzt mit Nachnamen schreibt. Julien... Ich habe das Nachnamen. Julien Schellwitzbild. Oder irgendwas mit Kahn. Ja. Und zwar... Klaus. Das ist ein Fall. Ken Klaus. Was mein Name ist? Julien ist mein Name. Und zwar mit Sie. Ey, schafft man den Sprung? Welchen 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 dem ich mich selbst hätte und wie Kofar? Ich hätte mich auch daran geglaubt. Und was zum Muskisch stimmt. Prozent vor allem ist die Kürze was zu halten ich sag ja ich sag ja meine ja das ist ja so weit war er auch selbst das Leben schafft hatte ich jetzt jetzt auch noch nicht geschafft hat und ich hab da ein guter Prozent man hat es gesehen nein eben aber das gesehen fachkrieg ist untergefallen ich habe es zwar geschafft sogar drei mal jetzt insgesamt vorgesehen vorbei ich will euch zeigen jetzt sind schon auch mit der Warte im Karten der Glock der Kuppmann und da wird alle wieder viel lebendig ist dabei beim Essen bitte ich bin wie geht denn die zweite warte es war dumm warte ich hab das jetzt guck, 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 guck Boah, darf ich da nicht jetzt geschafft, hab ich das gesehen ich jetzt wirklich nicht geschafft Nein, das hättest du nicht geschafft Doch, hätte ich Guck, du willst, guck Alter, ich Fick dich Fick dich, Alter Ich bin wieder aufgeschlagen, ne So, warte, jetzt zeig ich's dir Warte, warte, warte Guck mal runter, dann kann er es nicht schaffen Ja, was Ah, schießt ab Lass, ich kann nicht mehr sprinten Gib mal mal essen, bitte Ich hab's bis dahin, gib mal essen, bitte Sag, und bin dann noch was Ich hab's bis Essen, bitte, essen, bitte Oh, die Zellen, bitte Ich hab's mal den Scheiß, bitte, essen, bitte, essen, bitte Hallo, ich schüfte und schaft Essen, bitte Essen, bitte Essen, bitte Ich hab's bis dahin Ich hab's bis dahin Hast du heute, wenn ich dir if I am den Götz, den Götz, den Götz, den Götz! Und da Götz! Schrauben!